Jo Leute, was geht ab? Mocker hier am Start und ja, wir haben hier den 31. Es ist schon 16 Uhr, in 8 Stunden ist das Jahr zu Ende, Leute. Es war ein hervorragendes Jahr, ein super Jahr. Alle meine Träume haben sich erfüllt. Ich weiß nicht, ich hab das alles nur euch zu verdanken. Ihr seid einfach die Geilsten. Ich hab sogar gelernt, wie man ein Herz macht, Leute. Aber, naja, ihr seht, heute ein bisschen hier so mit Smoking, hast du nicht gesehen. Wieso? Ganz einfach. Gleich geht's auf eine Party, Leute. Ich bin zwar erst eben aufgestanden, schnell unter die Dusche, sieht man mir vielleicht schon an. Ich bin auch, wie immer, mega müde. Aber, Leute, gleich geht's auf eine Party. Motto ist schick, elegant und sexy. Spaß beiseite, Leute. Ich möchte dieses Video nutzen, allen zu danken einmal. Also, das sind nicht nur meine Mods, das sind nicht nur die, es ist einfach allen dazu gehören. Meine Eltern möchte ich danken. Ich möchte einfach allen Leuten danken, die uns unterstützen, die uns helfen. Die einfach mit dabei sind. Wir haben eine richtig heftige Community aufgebaut. Wir haben nicht nur eine, irgendeine Community aufgebaut. Wir haben die geilste Community überhaupt aufgebaut. Wir haben, ich glaub, die älteste, was heißt die älteste? Wir haben die reifeste Community auf ganz YouTube. Das ist einfach nur krass. Und wir sind so viele, wir haben so vieles geschafft, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlichst bei euch. Und, ja, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss. Ich gucke überall hin. Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch, einen guten Flutsch ins neue Jahr. Ich möchte hier natürlich auch nochmal euch mitteilen, was ich für nächstes Jahr angesetzt hab. So, das macht man ja heutzutage. Man sagt einfach, was nötig ist, was zu kommen wird. Bei mir kann ich euch das gar nicht so wirklich sagen. Ich hab mir ja bisher nur einen Vorsatz genommen. Und zwar, ich hab, ich weiß nicht, ich hab bisher alle meine Ziele durch euch sogar weit übertroffen. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an euch. Ihr seid einfach die Geilsten. Und ich nehme mir einfach fürs nächste Jahr vor, noch mehr Leute glücklich zu machen. Das ist mein Ziel. Es ist einfach für mich, mich macht es glücklich, wenn ich euch glücklich machen kann. Und es sind so viele Nachrichten, die immer bei Facebook, auf YouTube, die Twitch, Steam überall kommen, wo ihr sagt, ja, ey, mir geht's richtig scheiße, aber wenn ich eure Videos sehe, wenn ich eure Livestreams sehe, wenn ich mit euch reden kann. Wir haben ja Team 6, aber da kommen die Leute und wir gehen einfach. So, das ist einfach, es ist, es macht mich glücklich, euch glücklich zu machen. Und das will ich weiterhin machen. Viele haben sich gesagt, wir haben uns verändert. Ich hab mich verändert. Ähm, mag sein. Ich sehe mich als eine positive Veränderung. Ich hab das ja in meiner, weiß nicht, ich hab schon viele Leute gesehen, die sich negativ verändert haben. Ich finde, ich hab mich positiv verändert. Ich möchte auch weiterhin so bleiben. Ich bleib mir natürlich treu. Und ich möchte einfach den Leuten zeigen, dass, weiß nicht, dass das Leben einfach schön ist, Leute. Lebt, lebt einfach. Genießt das Leben. In dem Sinn, einen guten Rutsch auf ein wunderschönes 2015, Leute. Und dann, wenn ich mich nicht mehr so bin. Und dann, wenn ich mich nicht mehr so bin. Und dann, wenn ich mich nicht mehr so bin. Vielen Dank.